dann los jo leute herzlich willkommen zurück zu let's play rocket link ich bin diesmal drei gegen drei war mit dabei ist der nico und ja los geht's wir spielen jetzt und jetzt auch eishockey das haben wir gerade durch zufall entdeckt dass das hier noch funktioniert vorsicht leute ja ist ja auch ein profi dabei was das denn oh mein gott ja wir dürfen den das ist auch eine gute vorlage das ist aber auch hier rutschig auf dem eis ja das kommt der andere ist das echt komisch deswegen kommt richtig den punkt auch irgendwie nicht kai warum was denn warum hast du das eingestellt ich dachte das wäre cool nee irgendwie nicht wie der dachas wollte kai 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 ja er ist in der mitte ich versuche noch ja der ist voll schwer zu treffen das ist richtig komisch gott nein spring doch war nicht noch ein tor nicht noch ein tor weiß auch irgendwie gar nicht so unlustig hier mit dem punkt das ist irgendwie hat es noch was anderes das ist ein bisschen dran gewöhnen aber oh gott nee 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 ich hoffe dass der modus bleibt noch ein bisschen ungewohnt ist das denn hier wer ist noch der ist noch aron ja nico macht ihn jawohl schönes ding schönes ding ausgleich sehr cool jawohl sehr gut 1 1 ist aber echt schwer den zu treffen ja mit dem ball war es irgendwie besser aber ich finde am anfang ist am schwersten ich hab hinten oh gut ich bin halt in dem tor gelandet oh sorry kein thema könnt ihr fliegen nee wir können eigentlich gar nichts wir können nichts ich hab keine ahnung wie das funktioniert äh kann ich euch vielleicht mal nachher zeigen das wäre nice also ich weiß wenn ihr immer einen doppelsprung hier hinlegt mit dem salto ja auf jeden fall auch falls ihr keinen boost oder so habt immer doppelsprung machen da ist man wesentlich schneller als wenn man nur normale äh normal fährt ok gut zu wissen wenn man irgendwie nach hinten will um den ball zu retten oder puck dann ähm oh der ist gut schön vorgelegt ja sicher nein der fliegt ganz anders voll schwer den dann im flug zu treffen oh den hab ich den hab ich ne doch nicht voll vorbeigesendet oh Gott shit oh der geht ins Tor ne oh mein Gott boah oh der ist gut wie schnell der wird wie schnell der wird jawoll schönes Ding da ist äh die Führung boah wie schnell der wird wenn man den richtig trifft ja wunderschön ich hab wieder hinten ich hab wieder hinten ich hab wieder hinten ok jetzt erstmal Zeitspiel ne 2-1 oh shit da fehlt noch komisches auf meine Luft oh ich bin in der Mitte falls du nicht ja ich weiß nicht ne der kommt doch nicht doch vielleicht ne 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 Kai hier seiner ja hab ich oh boah die hast du denn der ist bei uns recht Tor wieder ja der ist so hart der Ball oha Kai Kai hallo ja schade ja ich bin nur gerutscht hier ja das ist auch Eishockey was du erwartest ja da war auch ärgerlich dass der an ihm wieder so abgeprallt ist ja das war ein Lacktor kann man ruhig mal sagen 2-2 ich bleib mal hinten alles klar oh gut ok er ist genau übers Tor gerutscht ja vielleicht vielleicht ach schade ich probier oh ja schön angespielt jetzt mach ihn oh da kommt unser Tor ich schreib übrigens in Chat rein scheiße oh oh Gott wo gefährlich jawoll geklärt oh Kai du Penner hallo ich hab den gerade gehalten was gehalten dem Wolf ok jetzt muss er nur noch vor's Tor kommen oh oh die Schale oh ja in der Mitte ah der Taumel ist so komisch ja das ist echt ungewohnt oh Gott ja schön ja jawoll 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 jetzt keine Scheiße bauen da haben wir alles in 30 Sekunden vor allem du Kai oh sorry ja mach 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 ja der geht nicht rein scheiße warte ich bin hier in der Mitte ich stehe in der Mitte bereit ich hab den Typ weggekickt jawoll braucht es auch nicht die Zeit runter boah ich kick den noch mal nach vorne 10 Sekunden noch eigentlich der geht der geht jawoll ja jetzt haben wir gewonnen hast du geschossen oder habe ich den irgendwie gegen dich gekickt so sein ja 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 da ist der Sieg also gleich jetzt nochmal kurz offensiv jawoll ja geht dann eigentlich auch noch den Puck hoch zu halten ja nein der wäre doch reingegangen fast ich hab den Zulinder bekommen ich hab den jetzt umgekippt wäre der drin gewesen ja ja schönes Ding ich gebe mal noch ne Runde so weiter gehts hier mit Eishockey aber ich bleib gleich hinten direkt kaputt direkt explodiert sehr gut Kai okay oh der kommt ah so okay aber was macht ihr denn da oben ey der kommt ja ach doch nicht oder vielleicht nein komm gut dann mach ich ihn rein jawoll sehr gut 1-0 ach du hast ja nen Kuchen noch hier drauf ja das ist von Portal der Kuchen glaub ich von GLaDOS ja so jetzt ist noch ein Tor oh Jungs Jungs die kommen da zu dritt oh sorry der kommt schade boah ich springe erstmal rüber einer kommt in der Mitte Vorsicht fuck ich hab mich getroffen der hat mich leider weggekickt egal 1-1 gewinnen wir noch ja ist machbar ja auf jeden Fall jawoll nein was ist das denn jawoll sehr schön sehr schön ok ich bleib hinten ne ich geh mal nach vorne Auro mach hier bitte ja wenn ich ran komme wenn ich ne den oder doch hier da ist er der roll zu dir ah er hat den weg geschnuppt egal geil oh Gott Boah Kai warst du das wieder? ich steh hier keiner kriegt den Druck lass doch ich lass ihn rein glaub für dich ok jawoll sehr schön gutes Ding gutes Ding gutes Ding da hatte ich leider keinen Boost mehr er ist damit aber der Puck ist auch echt schwer zu retten auf der Torlinie da ist der Ball ein bisschen einfacher das stimmt ok ich bleib hinten Jungs das war Tern das war Tern oh scheiße schlecht erwischt ich stehe in der Mitte falls einer von euch liegt ja der kommt auch gleich ja der kommt der legt den selber sich vor oh der ist mir ein bisschen schnell auf einmal vorgedeckt schade kommt nochmal in der Mitte hey hallo ist mal gut jetzt hier wach wach mein Gott ha 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 oh nein oh jetzt schieß er rein schieß er rein ach nee der ist drin jawoll oh jawoll der war schön im Winkel sehr schön wir sind ein richtig gutes Team jawoll das läuft hier doch ok ich lag hinten ok oh Kai ja da steht einer leider noch ach schade ja ich versuch nochmal in der Mitte ja ah war ein bisschen zu schnell jawoll da ist abgeräumt was ist das hier oh bei denen hat einer geliebt er dich jetzt aber die haben auch die am neuen drin bist da crazy jawoll aber der ist Veteran obwohl wir sind 5-1 vorne soll sein eigentlich darf hier nichts mehr passieren ok was machen die jetzt wieder was machen die jetzt wieder oh Gott sehr gut oh der ist noch hier ja ich wohne nicht sehr gut sehr schön Kai ist deiner ja kommt der kommt der kommt zum Tor nein oh ich war nochmal hinter wenn ich rankomme ja verdammt Kai für dich mach ihn rein wie denn der ist doch da ja 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 warte oh der scheiße nein der ist ihn gerettet schade oh der kommt zu uns rüber ah der geht jetzt rüber aha kein Problem wie ist der denn abgeräumt halt Vorsicht ok jawoll sehr gut irgendwie passt aber jetzt auch alles ja ne Mitte ach verdammt oh sehr gut der könnte vielleicht ne er hat ihn abgefloggt Mitte Mitte was war das denn für ein Move was war das denn für ein Move ja ah schade der wird reingegangen ah Mr. Crazy hat hier auf der Linie gerettet kaum ist der da machen wir können ja nein knapp ja der ist doch hier vorbei oder doch nicht machen die noch eins machen die noch eins ne sehr schön der nächste sie jawoll und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal Leute tschüss tschüss